Eine Druckgrafik, unterschiedlichste Ausformung mit drei Signativen. Wo haben Sie es her? Ich habe das geschenkt bekommen. Also ich bin Grafiker und Johannes Gachnang war ein guter Freund von mir und wir haben einige Bücher zusammen gemacht und er hat mir das mal geschenkt. Meine Frage ist jetzt auch, also Baselitz kennt man, die anderen zwei kennt man ja eigentlich oder eher nicht, oder? Ist es jetzt deswegen Kunst oder ist es Krempel? Ein Krempel ist es bestimmt nicht, würde ich jetzt mal so sagen, weil es ist ja doch etwas, wo drei Künstler und so ganz unnahmhaft sind die anderen beiden ja auch nicht zusammentreffen. Es ist ja auch, wir haben da eine Datierung da oben, La Reine des Arzes ist eine Ausstellung, die da 1966 stattgefunden hat in Berlin, in dieser ja ganz wichtigen, für Georg Baselitz auch ganz wichtigen Galerie Michael Werner. Und dann kommt ja noch hinzu diese sehr gute Providenz, wenn Sie es direkt von Johannes Gachnang haben, dann ist nur die Frage, also diese drei Künstler haben sich ja in ihrer Kunst quasi hier vergegenwärtigt. Gehen wir da richtig, Johannes Gachnang wird der sein, der eben das Ornament schafft, der ja, Sie wissen es vielleicht besser, doch den Orient auch bereist hat, vielleicht auch als Grafiker, er war ja auch später als Kurator tätig, doch gerade dem Orient aufgeschlossen war und der da so eine Art Bilderrahmen schafft. Und dann haben wir den Antonius Höckelmann, der ja ein Holzbildhauer ist, auch leider nicht mehr lebt, von dem möglicherweise diese Köpfe sind. Und das andere, was quasi den Rahmen sprengt, das ist dann der Georg Baselitz wohl, der ja erst vor kurzem seinen 80. Geburtstag gefeiert hat und der natürlich ganz wichtige Stationen hatte bei Michael Werner. Jetzt muss man eines dazu sagen, dieses Zusammenarbeiten von drei Künstlern in einem Kunstwerk ist gerade in dieser Zeit gar nicht so selten. Das hat ein bisschen zu tun mit den Gedankenvorstellungen auch der 60er Jahre. Diese Vorstellung, dass man statt als Individualist jetzt in der Gemeinschaft, als Kommune zum Beispiel, als Künstlerkommune, etwas mehr schafft, als man als Einzelmensch macht. Das steckt hinter solchen Versuchen, die sonst in der Kunstgeschichte ja nur dort, wo es notwendig ist. Wenn Sie Fresken malen brauchen, Sie kompagnieren ja das nicht. Oder wenn Sie so große Ausstattungen in Kirchen machen. Aber der individuelle Künstler hat über lange, lange, lange Jahrzehnte oder Generationen auch sich selbst als stolzen Schöpfer gesehen. Und hier wird eine Möglichkeit gezeigt, dass man zu dritt etwas macht, und das muss ich jetzt sagen, bei aller Widersprüchlichkeit, das stilistischen Dinge, das Ganze, was da herauskommt, schaut einfach gut aus. Eine kleine Auflage, 50 Stück sehe ich und Sie haben hier die Nummer 34 oder 37 oder 39, ihr könnt es nicht genau lesen. Wunderbar mit allen drei insigniert, sicher eine Rarität auf dem Kunstmarkt. Ich kann mich nicht erinnern, sowas je gesehen zu haben. Durch die Besonderheit, dass der Baselitz da mitgearbeitet hat, könnte man einen Preishalte vorstellen, durchaus von 1.500 Euro. Also aufheben, sich freuen dran und viel Spaß haben. Vielen Dank. Danke schön. Widerspruch. Danke.